hallo und willkommen zurück zu twin mirror wir suchen noch einen weg um an die heranzukommen aber er da hält uns garantiert davon ab und der andere trottel naja auf jeden fall müssen wir jetzt irgendwie was finden womit wir sie ablenken können aber ein großer archenbächer brief und kurz tritt sommer will wv der geehrte mr reynolds reynolds ich bedauere ihnen mitteilen zu müssen dass west virginia kohl ink nach einer reihe kostspiellicher gerichtsverfahren und bußgeldern in finanzielle schieflage geraten ist und vor drei tagen einen insolvenzantrag nach paragraf 7 gestellt hat in folge dessen wird ihr derzeitiges arbeitsverhältnis aufgelöst und das unternehmen stellt zum ende der woche sämtliche aktivitäten ein alle ausstehenden löhne und krankengeld ansprüche werden ordnungsgemäß ausgezahlt versicherungsansprüche bleiben bis zum monatsende gültig erlöschen jedoch danach mit freundlichen grüßen motor und hendricks leiter der personalabteilung new virginia kohl ink oh fuck das haben wir verursacht ok dann sollten wir wahrscheinlich dankbar sein wenn die uns nicht wünschen meist überschusswaffen und erotik im besitzer will ich lieber nicht in die quere kommen ja aber wir schnüffeln in seinem zelt herum müssen uns mal umschauen wir müssen irgendwie die aufmerksamkeit ablenken dass wir dort hochkommen wo die uns blockiert haben ich vermute dort ist der weil warum sollen die sich so extrem sonst dafür wir wollen uns ja regelrecht abhalten davon was die stadt war mehr schon die bring uns um wenn die uns erwischen nicht dein ernst die die keller bringt und so ob das so ein guter plan ist ich habe ich weiß es nicht das wird böse enden ich sehe es kommen und nun da fehlt noch was wir haben noch nicht alles ja Ich kann das Feuer gehen, aber es wird nicht gut sein, wenn sie es sofort rauskriegen. Ich muss nachzudenken, wie sie es rauskriegen. Feuer muss lang genug werden, um sich zu entdecken. Aber klein genug, um zu funktionieren. Ich will nicht sehen, dass das ganze Ort auf die Flamme geht. Was machen wir denn? Konfrontiere Diggi, ja. Nur noch verstecken in der Hütte. Stell dir sicher, dass das Feuer nicht zu schnell gelöscht werden kann. Was machen wir denn da? Das Wasser im See ablassen? Nee, aber so Wassereimer oder so verstecken? Okay, das klingt besser. Nicht ein Problem. Sand ist effektiv gegen Feuer, aber nicht so effektiv. Aber wo sind die Schlüssel? Das ist ein Vollidiot. Aber wo sind die Schlüssel? Wir könnten ihm jetzt nicht die Schlüssel sauen, irgendwie. Dann sind wir ja eher weg, als wir Scheiße sagen können. Das ist schon hochkriminell, was der ja macht. Ja, ja. Ja, ja. Okay, wir müssen noch den See ablassen. Ich weiß ja nicht, wo die Schlüssel sein sollen. Ein schlechter Plan. Ja, gewiss. Und am Tisch, ja. Oder da. Ehrlich gesagt. Oh Gott. Das wird jetzt ein Affentanz mit der guten, die... Ach, nee. Die quengelt ja so schon immer rum. Hey, Anna. Kann ich eine kurze Sidebar haben? Wir waren. Ich habe ihn. Wo? Ich hab ihn. Der Wunsch. Der Wunsch. Der Wunsch. Die Sitzung. Der Wunsch. Der Wunsch. Der Wunsch. Der Wunsch. Der Wunsch. Ich kann mich da, aber ich brauche dir. Was genau bist du? Was are you planning? I need to create a distraction to get to Dickie. Setting the bear statue outside Kayla's tent on fire would work, but it's critical I wait for Anna to act first, or I won't have enough time. Then I can use a match to ignite the splinters and get the fire started. I'll have to get out of there before Lynette and Kayla can close in on me. After that I'll hide in the cabin. Tyler and JR will leave to the fire out. It'll give me a window of opportunity to run to Dickies trailer unnoticed. Okay, jetzt müssen wir das alles zusammenbauen. First step. The statue goes up in flames. Okay, das haben wir. Check. Und dann? Was sollte Anna tun? Die Schlüssel zum Band verstecken. Boah, können wir nicht beides? Was? Ach fuck, das ist ja blöd. Man, das ist blöd. Die Schlüssel zum Band ist nicht oder so. Das ist bestimmt ein Problem. Reicht ja bis dort vor. Ähm, ne wir. Ich glaub den Schlauch. Mann, das ist blöd. Den müssen wir die Schlüssel verstecken und den Schlauch sabotieren. Och Mensch. Okay. Du machst den Feuerlöcher. Genau. Und dann gehen wir hierher. Nach JR. Der Letzte, der hilft. Bald allein, wenn das Feuer lodert. Ich hoffe, das ist richtig. Hinter dem Vorhang, unter dem Tisch, im Schrank. Ich weiß es nicht. Geh mal in den Schrank, am Ende verbrennen wir mit. Okay. Ziehen wir es durch. Jetzt hält die den Schlauch. People will look away when the fire flares. I'll risk being discovered then. Ach. Ja, ja. Müssen das anders machen. Probieren wir es mal so, oder? Okay, die geht in den Schrank, ne? Das ist blöd. Da müssen wir... Vorhang. Okay, jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, uns fehlt noch was. Das ist... Das ist blöd. Unter dem Tisch? Ich weiß ja nicht. Äh... Achso, deswegen... Warte mal, wir machen das... ...sobald allein. Und dann... ...händer um den Vorhang, oder? Warte mal, wir machen das. Warte mal, wir machen das. Es geht los. Warte mal, wir machen das. Warte mal, warte mal, wir machen das. Ach, ich weiß nicht, ob das richtig war, der ihren Bären anzuzünden. Die kann ja nichts dafür, oder keiner kann was dafür, aber die decken den. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was ich passiert? Ich weiß nicht, was ich passiert, was ich passiert. Ich bin ein nobody, all right? Ich bin ein nur ein Mann, das ist all. Ich will nur meine Mom und ihr Leben, man. Und ich bin versucht, zu finden ein Weg aus, all mein Leben. Ich habe nicht gedacht, was ich ein Quote oder so. Ich wusste nicht, was ich so viel zusammengekommen. Ich habe Zeit, was du hast? His notes, über das Artikel, über die Dälen und die Drugs, und die Dälen und die Dälen. Sellers, Buyers, alles. Ich hatte es, was ich war. Ich habe es, was ich war. Du hast mich. Was machst du mit dem? Wo sind sie? Ich habe sie nicht. Ich habe sie, Mann. Ich habe sie, die Dälen, auf der Make-Out Point. Ich werde sie es schnell verstanden. Und dann ist es fertig. No proof, nichts. Wer kommt für sie? Tell me, wer kommt für sie? Mein Mann, Declan. His name ist Declan. Declan? Ja, der Kopp. Du kennst ihn, jeder kennt ihn. Oh man, ich bin total verdammt jetzt. Wenn er sagt, ich schnitze wieder, bin ich fertig. Aber was ich supposed to know, Nick was gonna stir shit up? Are you saying he's involved in Nick's death? Tell me. Come on. Just let me go. Please. I already told you everything. No, just let me go, all right? I really gotta leave town before he finds me. You're not going anywhere until you tell me what happened. So? Oh, hell, man. Declan made me set up a meet with Nick, all right? I mean, I thought they were just gonna talk his shit. Nick freaked out when he saw Declan. He tried to bail. But Declan caught up and hit him behind the head. Then Nick dropped, man. He dropped like that. Declan said he didn't mean to. He said it was an accident and shit. He killed Nick. I didn't know, man. You gotta believe me. I never wanted... Man, he didn't... Hey, asswipe! Should have known. Damn firebug. I'm gonna kick the shit out of you. Sam. Sam, we have to get out of here. Shut up. Your ass ain't any better. You brought him here. You've had this coming. I can explain it. Oh, you'll explain, all right? Someone give me my rifle. We're leaving. God damn it, woman! Die hat uns grad'n Arsch gerettet. Aber krass, was da zutage kam jetzt grad. Der Cop war das. Deswegen war der Bericht gefälscht. It doesn't make any sense. None of it does. Why would Declan do that? He was always a stand-up cop. Now he's a crime boss? No time to think about it. Right now, we need to get to that dead drop. Nick probably gathered enough evidence to reveal what Declan was up to. Our word against his won't cut it. That stick is the only way we'll take him down. Or maybe you could just stay out of this? Declan's trying to save his skin. If you go against him on that promontory, he'll be trapped in a corner. This isn't a game. This isn't a puzzle. Yeah, yeah, man. No one else is gonna die. You can't promise that. It's unfair to think you can. You don't know what's gonna happen. I don't either. But we're the only ones who could possibly bring some closure to these murders. Just control yourself, okay? The fire worked, but people could have gotten hurt. Sam, I know it's been a rough day, but you're freaking me out. Stop zoning out. We're just about there, and I need you to help me figure out our next steps. Next steps? At a place where someone might put a bullet through your head. Nah, that's too dramatic. It'll probably be something quiet, simple. Make it look like you killed yourself. Took too many pills. Who questioned that? You're not thinking clearly. What are you looking at? You're focused on finding the facts, and not focused on the very real dangers. You need to focus on the road, not on whatever daydream you're lost in. Just... just stop. You're the one that needs to stop. Sam, you're going too fast. You need to stop. Leave me alone. Stop it. Sam? Sam, stop! Sam, there's a turn! Stop! Sam, stop! Stop! Stop the car! Sam, are you okay? You nearly got us killed. I need... I need a moment. Take your moment, but make it quick. We're already at the promontory. We need to find that dead drop before Declan gets here. We need to talk. Yes, Sam. It's time. Ah! What's happening? Sam, I can't. Where are you going? Get back here! I'm trying, but it's not working. Ah! No! Ah! I'm losing control of my own mind. Where are you? Can you hear me? Can you even hear me? Fine. I'll come to you. What? I got a feeling I'm not going to like this. Okay, do not freak out. You've been through this before. Oh God, oh God, oh God. Seine Psychose kickt wieder. Ich kann ja nix machen. Äh. Ah, so. Stick to the fundamentals. Breathe. Focus. You can make it out. It still keeps going. It feels like I'm trapped in a maze. Question is, where does it lead? Ah, worked so hard on it. Okay, good, good, good. I wish there had been another way. Das der überhaupt noch auto fangen kann mit sein, mit seinem Mister. Irgendwo lang, irgendwo. Noch ein Exit, oh Gott. Oh Gott, wie lange sollten das gehen? Und immer gerade durch? Kann ich ewig hin? Okay. 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 There's no running away from it. When my father lost his legs, nobody knew the line wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Schauen wir mal, ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Ist halt wieder an. Vielleicht hier. Okay, da kommen wir wieder hierher. Geht wieder an. Wo müssen wir denn hin? Ja. Ich bin mal falsch abgewogen. Ich bin mal falsch abgewogen. Okay. Ja, hätten sie, aber da gibt's immer irgendwelche Fallidioten. Ja. 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 Ich bin überhaupt nicht Land주 잘 divertig. Und text"-Generions întrkczast ihr associations, ! than to be happy. Here. I brought you something. It's so clear. I can see it all at once. That's what gives it strength. It has nothing to hide. It can see itself for what it really is. And that lets it see everything. It's not a flaw. It's a gift. Like a superpower, you know? When the world is a storm, you stand calm at the center. Now, I need to have a real talk with myself. Where are you? I need to have a real talk with myself. I need to have a real talk with myself. I need to have a real talk with myself. I need to have a real talk with myself. I need to have a real talk with myself. I need to have a real talk with myself. I need to have a real talk with myself. I need to have a real talk with myself. I need to have a real talk with myself. I need to have a real talk with myself. I need to have a real talk with myself. I need to have a real talk with myself. I need to have a real talk with myself. I need to have a real talk with myself. I need to have a real talk with myself.